Da stand halt gerade da, Blows Up bei Zombie oder so. Ähm, Tyrox was blow up, pass auf, Tyrox was blow up by Entity Galactic Craft Core Evolve Zombie, nee, Dash. Das war kein Zombie, du. Der hat den gesamten Asteroiden weggesprengt, ich konnte mich irgendwo retten. Fängst du so mal, fang das doch mal ein und bring das mit, ich hab schon Verwendung dafür. Was? Ja auch, den Landungsding hat mich in die Luft gejagt. Dann erfahre ich noch sowas. So, weißt du, ich bin erst mal auf Höhe 74, hä, 74, oh ne, ich sag bloß, ich komm wieder bei einem beschissen verfickten Berg raus. Da hab ich gar keine Lust drauf hier. Ja. Das wird drauf gejagt. Robobox. Ja, schön so, ne? Ich hoffe mal, dass der Fuel-Loader in der Dimensional-Chest ist. Nein. Wo ist der? Danke, ich komm nicht vom Planeten runter. Ich komm nicht vom Dings weg. Warum ist da keiner drin, ey, ihr solltet das Zeug doch immer wieder rein machen. Hab ich doch. Ne, da ist kein Fuel-Loader drin in der Dimensionalen-Chest. Die Kapazitäter-Bank ist drin, der Fluid-Tank ist drin, die Energieleitung. Ich hab's auch in die Küsse gemacht. Also irgendjemand muss den haben. Ich hab den aber nicht. Melvin, hast du den, äh, hast du einen im Inventar? Mh, ne, mit meinem Inventar ist ein Entwicklungs-Door. Boah, du. Also das liegt jetzt nicht an Discord, das liegt an dir, dass du legst. So, also haben wir jetzt ein Problem, wir kommen nicht von den Planeten runter. Ich hab mit Absicht eh ein Merk gecraftet und den in die Chests gelegt, dass wir halt immer wieder befüllen können. Ich hab halt keinen. Ja, und nun? Gute Frage. Vor, vor, vor allem, warum sind die ganzen Eimer leer? Ich hatte die doch voll da rein gemacht. Wo ist das hin? Das ist viel. Achso, die Eimer, die, äh, die hab ich. Also ein paar. Warum waren die leer? Man braucht für eine Rakete zwei Eimer zum Vollmachen. Soll ich die voll machen? Das sind zehn Eimer. Wieso waren die alle leer? Ich weiß nicht, wer braucht so viel? Oder wo? Oder wo? Oder genau? Nee. Also ich hab nur... Äh, 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 äh. Ach, die vollen Eimer würden jetzt nicht wirklich was bringen. Weil der fehlen oder fehlt. Toll. Ja, aber dann haben wir alle hatten. Da ist... Ich hab keinen Sauerstoff mehr. Ja. Ja, Sauerstoff-Tanks sind auch keine mehr drin. Wer hat... Ich will jetzt, äh, äh, hier erstmal wissen... Wer hat das ganz... Ne, warte mal, doch, Sauerstoff-Tanks sind dort... Sauerstoff ist drin. Gut. Wer hat jetzt die ganzen Eimer leer gemacht? Auch keine von... Also ich hab nur... Äh... Vier. 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 Mit, äh, Sissi... Glaub ich. Mit, äh, Sissi... Zwei bis drei sind das sieben. Schön, wir hatten ja auch viele Reisen gar... Wer hat als letztes die Eimer genommen? Weil derjenige muss dann auch den Fuelloader haben. Ja, das wär dann ich. Aber ich hab den Fuelloader nicht. Steht der noch oben irgendwo rum? Auf dem Planeten, wo du grad bist? Nein. Irgendwo. Dann hast du den abgebaut und nie eingesammelt. Ich hab den aber nicht abgesammelt. Hm? Da, was? Ich überleg gerade. Hast du den abgebaut? Ähm... Ich glaub nicht. Also steht er doch noch oben. Viel Spaß beim Suchen. Äh... Wer ist denn jetzt alles auf dem Mond? Äh... Baut ihr mal bitte bei der Startramp in den Fuelloader ab und legt den in die Chestrad. Dann müssen wir halt einen neuen craften mit Tyrox, den ich nicht mehr finden sollte. Na, das Blöde ist, hier ist alles in die Luft gesprengt worden. Also... Hier ist Stockduster. Tja. Dann... haben wir ein Problem. Dann müssen wir einen neuen craften. Dann müssen wir einen neuen craften. Ja, warte, das mach ich dann. Ne, das kann einer von den Sven machen. Aber Melvin hat genug gecraftet. Das kann ja Sissy machen, wenn sie Langeweile hat. Danke. Einen Fuelloader craften. So... 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 Und Tyrox das nächste Mal gleich abbauen. Ohne das, was in die Luft fliegt. Ja... Ohne Grund habe ich das ja nicht gemacht. Und... Ehm... Melvin, kannst du die 10 Buckets nochmal mit Fuel voll machen? Dass wir halt immer was auf Reserve in der Chest haben. Alle 10? Ja. Okay. Ich muss mal gucken, wieviel ich jetzt mit 2 Einwand komme. Ehm... Komm aus. Leider. Was denn? Ich steh grad... Ja, du stehst grad wo? Ich steh grad vor meiner Starthande. Mir fällt auf. Ja, was fällt dir auf? Ich hab die ganze Zeit den Treibstoff-Leodengster ist schon gebaut. Ja... Und alles fertig. Rakete steht noch nicht. Und? Und der Fuel-Loader ist dran. Und der Fuel-Loader ist dran. Und das... Und ich hab jetzt erst kapiert... Dass der Fuel-Loader... Der Fuel-Loader ist. Der Fuel-Loader ist. Okay... Bitte... Verurteilt mich einfach. Ja... Okay... Was haltet du hier für eine Strafe angemessen? Nee, 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 nee... So... Tier... Nee... Ich würd sagen... Er muss sein Polytool dem Melvin schenken. Na gut... Echt jetzt? Ja... Nee... Musst du nicht machen. Ach ja... Ja... Hier Melvin... Deine Landungskapseln... Ja... Landungskapseln? Ja... Ich bin grad auf dem Weg zum Mond. Ich lande grad. Wenn die wieder explodiert... Melvin... Ja... Dann... Dann... Dann bist du dran schuld. Ja, genau. Dann tanzt du an der Stange. Weil dann ist das Fusch am... Bau. Echt... Wir haben drei Kompressoren dort unten. Fünf... Drei Kompressoren aber... Ähm... Kannst dir ja ein Aussuch... Ich kann auch anbenutzen... Für grad... So... Ja... Jetzt... Sag mal deine Bremskünste... Warum? Weil du bremsen musst... Verlass dich nicht auf die Energie... Du... Ganz ehrlich... Ich muss erstmal die Base finden... Ich bin... Irgendwo im Nirvana gelandet... Die liegen zwar massig mit... Meteoriten rum... Aber... Ich seh keine Base... Die liegen noch... Äh... 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 Kann mir mal einer die Koordinaten sagen? Äh... Ich bin ganz schlecht mit Koordinaten... Vor allem hier... Ach ne... Ich seh die alten Landungskapseln... Da hinten springt was rum... Da stehen zwei Raketen... Ah... Ich hab's gefunden... Ui... Äh... Äh... Wer ist das denn... Gesundheit... Bitte was? Ich hab gar nichts verstanden... Warte... Achso... Die beiden... Achtschauen... Hehehe... Ich bin schneller... Ah... Meine Ohren... Hehehe... Hehehe... Hey Rot... Ja? Hast du den Fuel Loader in die... Kiste gemacht? Hast du den Fuel Loader? Da... 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 Ja... Okay... Okay, dann... Die sind hier unten. Oh ja. Stopp. Jetzt mach ich das, äh... Da unten... Na! Was? Was? Ich staune immer wieder über meine Fähigkeiten. Was für Fähigkeiten ich habe. Was für jetzt, äh? Warum... Was ist das? Was ist das? Guck mal hinter dir. Da liegt eins rum. Ich habe euch allen eins zugeworfen. Gefrorene Eisbarren. Was kann ich damit machen? Keine Ahnung. Ich schmeiß die einfach nur rum, weil ich die nie brauche. Alter, das ist nicht dein Ernst. Was? Schmeiß die im Frozen. Ja. Vor allem, dass die... Na doch, Eisen, Iron, ne? Du kannst da eine Stargate Basis draus bauen. Ja. Dann sagen wir sie einmal, bevor sie dies bohren. Aber ich habe keinen Bock auf Stargate. Aber ich? Du wolltest das so machen. Ja! Ja, bitte so. Hier. Boah, jetzt habe ich die Scheiße wieder mit dem Inventar. Malvin? Ich schmeiße nicht irgendwo Müll rein. Äh... Hä? Was? Was denn? Oh, wie cool Kampf. Äh... Aschloch. Scheiße, ich hab keine Luft mehr. Tirex jetzt ist gut! Ich muss den Schwefel-Effekt verlängern. Gesundheit. Ja, ist egal. Verlänger lieber... Ne, das sag ich jetzt nicht. Ne, Phosphora und Schwefel. Ojojojojo. Schwefel, wo warst bekomme ich Schwefel? Ich habe keine Bock auf Schwefel. Aus Gunpowder, denke ich mal. Es. Schwefel. Schwefel. Warum habe ich das eigentlich auf Deutsch gestellt? Weil du neben der Spur bist. Ach. Wieso habe ich denn jetzt zwei im Inventar? Ja doch, aus Gunpowder. Tatsächlich. Kurze Frage. Hast du oben einen Fuel Loader hingesetzt? Ja. Wieso habe ich denn jetzt so... Ach nee, ist mir jetzt so egal. Schwefel Schwert. Venus. Warum? Warum? Sprechen. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Ich dreh nicht durch. Ich… äh... Ah, blablabababara. Und, läuft es jetzt zu. Ich leb gesund. Du nicht. Doch, Karotten sind gesund. Doch! Soll ich dir sage, warum? So was steckt sich teilweise ins Pobülchen. Apropos mein Po, ähm, so, äh, wo haben wir Goldnuggets? Da haben wir Goldnuggets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ne, 8 brauch ich. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, wo haben wir hier eine Merkbank? Da haben wir eine Merkbank. Warum konnte ich mir eben gerade einen Ring machen? Was? Ah, ich geh sehr. Boah, iiih, geh weg, die hat noch braune Reste dran.